Diesmal zeige ich euch, wie man eine Textur auf ein Ramp Shader Material aufbringt, also einen Aufkleber. Ramp Shader Materialien sind Materialien, bei denen entweder hier die Ramp Shader aktiviert sind oder wenn hier zum Beispiel bei der Transparenz ein Fresnel Wert eingegeben ist. Die Krux mit den Ramp Shadern ist die, dass zuerst Texturen berechnet werden und zum Schluss erst der Ramp Shader. Das bedeutet, die Textur wird auf jeden Fall vom Ramp Shader beeinflusst. Um das zu umgehen, müssen wir mit dem Node Editor arbeiten. Die Vorgehensweise dabei wird sein, dass wir uns ein Glasmaterial erstellen, ein Texturmaterial erstellen und ein Schablonenmaterial, mit dem wir dann die beiden Materialien überblenden werden. Gut, wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt. Aktivieren wir hier den Cube, geben ihm ein Material, hat er schon, und klicken hier mal auf Node Material. So, dann schauen wir mal, da haben wir noch keins da. Dann holen wir uns mal ein Glasmaterial, hier, Green Glass. So, dann gehen wir hier in den Node Editor. Das ist der Output. Dann laden wir uns das Glasmaterial rein, was ich mir gerade angehängt habe. So, jetzt sieht man schon, hier ist es transparent, aber hier nicht. Hier wird immer die aktuelle Vorschau angezeigt. Das heißt, ich muss hier noch den Alpha-Kanal mit dem Output Alpha-Kanal verbinden und schon wird es hier transparent. Das ist jetzt, wenn ich nochmal zurückgehe, in unseren Image Editor, das ist jetzt hier unser Glasmaterial. Als nächstes erstellen wir uns unser Texturmaterial. Node Editor. So, dazu wähle ich alles ab mit A, Shift-A, Input, Material und klicke hier einfach auf Neu. Jetzt hole ich ein neues Material. Und dann gehe ich hier bei, achte darauf, dass der Materialknoten für unser Texturmaterial aktiviert ist. Ich nenne das hier einfach mal Textur. Muss man nicht, aber wenn man mehr Knoten hat, ist es einfacher und man weiß, um welches Material es sich hier handelt. Und da legen wir jetzt unsere Textur drauf. Und zwar werde ich das diesmal nicht mit dem UV-Mapping machen, sondern ich werde das einfach mit einem Empty machen. Dazu gehe ich hier erstmal noch in die 3D-View. Und ich gebe mir hier Shift-S. Cursor to Selected. Und dann Shift-A. Empty. Und dieses Empty ziehe ich jetzt noch bis zur Oberfläche raus. So. Das Empty drehe ich jetzt dann auch so, dass die Z-Achse hier rausgeht, weil nämlich das dann nachher auf die Z-Achse gemappt wird. So, das heißt R, Y, damit wir es um die Y-Achse drehen, 90 Grad. So. Und die Z-Achse möchte ich drehen und zwar um 135 Grad. Das ist fast alles jetzt an Vorarbeit. Als letztes werde ich jetzt, das Empty ist schon markiert. Dann mit Shift markiere ich noch den Würfel. Und dann Ctrl-P, Parent. So, damit bewegt sich jetzt hier das Empty auch immer mit dem Cube zusammen. Das heißt, unsere Textur wird mit dem Cube dann nachher verschoben. Jetzt können wir wieder zurückgehen in unseren Node-Editor. Und darauf achten, dass wir hier unser Texturmaterial aktiviert haben. Hier in den Textur-Slot eine neue Textur vom Typ Image or Movie. Und hier bei den Koordinaten geben wir jetzt nicht Generated ein, sondern Object. Und dann wählen wir uns unser Empty. Und dann öffnen wir uns unsere Textur. Und da haben wir hier unser Blender-Logo. Bei der Vorgehensweise mit dem Empty ist es sinnvoll, wenn man sich diese Texturen gleich quadratisch macht. Dann muss man sie nämlich nicht skalieren. Ansonsten muss man hier über diesen Size-Button hier oder über das Skalieren des Empties das anpassen, damit es nicht verzerrt wird. Macht man aber die Textur von vornherein gleich quadratisch, dann wird es auf jeden Fall so zu sehen sein, wie es auf dem Foto auch aussieht. Hier aktive ich nochmal ein Pre-Multiply, damit es keine weißen Ränder gibt. Color ist richtig. Und hier noch statt Repeat Clip. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich miteinander mischen. Dazu wähle ich wieder alles ab mit A. Shift A. Und hier über Color, Mix, kommt ein sogenannter Mix-Note dazu. Da verbinde ich den Ausgang hier mit dem Eingang. Und vom Glasmaterial wird der Color-Ausgang mit dem ersten Color-Eingang im Mix-Note verbunden. Vom Texturmaterial der Color-Ausgang mit dem zweiten Color-Eingang des Mix-Notes. Und wenn wir das jetzt angucken, dann haben wir erstmal hier unsere Textur drauf. Aber der mischt jetzt hier dieses graue Standard-Material mit rein. Um das zu verhindern, müssen wir jetzt noch unser Schablonen-Material schaffen. Dazu aktiviere ich den Materialknoten mit der Textur, drücke Shift D, um ihn zu kopieren, und setze ihn jetzt erstmal da drüben hin. Sag hier Single-User-Material. Für die Schablone brauchen wir weder Diffuse noch Specular-Shader. Und dann gehen wir hier in den Influence, also hier Textur. Ganz wichtig, hier oben bei der Textur auch auf Single-User. Sonst ändert sich nämlich jetzt dann hier unsere tatsächliche Textur. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir machen hier den Haken bei Color weg. Bei Alpha wird er gesetzt. Und wir drehen den Alpha-Wert auf minus 1. Und hier diesen Delta-Variation, den setzen wir runter auf 0. Er tut nicht das, was er tun sollte. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Das auf 1 ohne Alpha mit Color. So, und den hier, den hier. Nicht auf Color, sondern auf Alpha. Und auf minus 1. Und hier auf 0. So, hier sieht man, hier ist unser Blender-Logo. Und ansonsten ist da nichts mit da. Ja, diesen Alpha-Kanal, dieses Schablonen-Materials, verbinden wir jetzt hier mit dem Faktoreingang unseres Mischknotens. Ich nenne das hier mal noch Schablone. Und dieser, der macht jetzt folgendes. Überall dort, wo hier der Alpha-Wert 1 ist, nimmt er praktisch das zweite Material. Und dort, wo der Alpha-Wert 0 ist, also transparent hier, nimmt er das erste Material. Und das ist genau das, was wir wollen. Wenn wir das jetzt rendern, Dann passiert das. Warum das hier so grisselig ist, das liegt daran, dass die Plane auf der gleichen Höhe liegt wie der Cube. Um das zu verhindern, gehen wir nochmal in die 3D-View. Markieren uns mit Plane, rufen mit N die Properties auf und setzen hier den Z-Wert auf, Minus Punkt 001, sodass da praktisch ein Tausendstel Einheit Unterschied dazwischen ist. Und das rückt sich dann gleich so aus. Es wird vollständig transparent. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal.